Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde DeinPanning mit Franzi Unboxing. Vorab, Entschuldigung, falls du immer wissen willst, was ich aktuell painende male, die ist das, poste ich euch in die Infobox meinen Instagram Account, könnt ihr mir gerne folgen. Und falls du DeinPanning-Kruppe in Facebook suchst, kannst du auch gerne zu uns kommen, wie heißt DeinPanningFamily, auch hier poste ich den Link in die Infobox, würde mich natürlich mega freuen. Und ich habe hier wieder tolle Sachen, also so am süßesten. Wir fangen einfach an, ich parlare euch gar nicht so voll, in die Infobox baue ich auch die Links dazu, falls euch das auch interessiert, könnt ihr das ja kaufen, was ihr Bock habt. Genau, wir fangen an, ich nehme das größte erstmal hier, das ist 50x60, ist euch aufgefallen, die letzten Pillow, die ich euch zeige, sind immer 50x60, das ist doch ein Zeichen, oder? Ok, jetzt bin der Grund, ist deine, Moment, wir haben hier, ich glaube, zwei Toolkits sogar, zwei ganz normale Toolkits. Und dann haben wir dieses schöne Bild. Okay. In a world of, in a world full of princess beer witch. Das fand ich so cool. Man kann das echt richtig schön lesen. Das Bild fand ich halt einfach echt cool. 24 Farben, 50x60, runde Steine. Dann wird der Spruch, hier ist der Totenkopf. Ich finde das mega cool, die kleine Katze. Das könnte echt unsere Katze sein. Wir haben auch eine schwarze Katze, die da vorne ein bisschen weiß ist, blecky. Könnt ihr auch mal gerne bei mir eher in YouTube gucken, also in meinem Kanal. Da habe ich am Anfang so Videos gemacht, wo sie noch Babys waren. Ich zeige euch mal die, die Leinwand. Guckt euch mal wie cool das ist, jetzt blecky. Leinwand ist auch tippetopp. Ich hoffe, ja komm, fokussiere ich. Leinwand ist richtig gut. Die passt auf jeden Fall. Da kommt noch ganz raus. Ich fand das auf jeden Fall ganz cool, der Spruch. Und hier haben wir auch wieder diese Zipptütchen. Ich liebe es einfach. Das könnten sie wirklich bei jedem Bild rein machen, so Zipptütchen. Das war ganz cool. Ich habe mich heute früh geschnitten. Das ist der Wahnsinn. Jetzt wollte ich die Leberwurstbaden aufmachen in so einem Behälter. Und das war so scharf, dass ich mich richtig geschnitten habe. Ich habe das gar nicht geschnallt, dass ich dann geblödelt habe. Aber hey, was gescharftes Zeug eigentlich ist. So, ich wollte euch ja nicht mit meinem Zeug verlauern. Jetzt kommt das nächste. Und das ist ja wirklich mal ultra süß. Also wer Stitch mag, der mag dieses Bild auch. Das Bild ist 40x50. Auch hier Zipptütchen, auch leider runde Steine. Und auch hier dieses Malturkipp, was man dabei hat. Aber der war so süß. Da kam ich nicht dran vorbei. Guckt euch den mal an. Wie süß ist der bitte? Das ist richtig scharf. Selbst wenn ich hier so drauf schaue, das ist richtig krass scharf gedruckt. Wir haben hier 20 Farben, obwohl es so ein recht dunkles Bild ist. Aber das ist so süß. Wirklich, das ist so süß. Voll süßes Bild. Richtig schockverliebt. Und auch hier, dafür, dass ich euch jetzt besser nicht zeige, Lime and Top. Wie gesagt, da bin ich es auch nicht anders gewöhnt. Aber das fand ich so süß. Jetzt guckt ihr euch doch mal an. Stitch ist einfach süß. Er wird immer süß sein und immer süß bleiben. Stitch ist einfach niedlich. Wir haben auch hier Zipptütchen, was ich ganz geil finde. Ihr wisst, direkt loslegen, nicht viel machen. Aber wir haben hier auch ganz viele. Das ist 310, ne? Ja, das ist für 310. Ganz, ganz viele. Aber scheißegal. Scheißegal. Ich denke mir, das kommt richtig gut raus. Diese schwarz-blau-weiß Kombi finde ich cool. Gerade hier außen noch mal komplett weiß. Mega. Mega cool. Es ist, wie ist es? Es ist cool. Und jetzt haltet euch fest. Jetzt kommt was mega niedliches. Ich zoome mal ein bisschen ran. Steinchen. Stiftebox. Mit Mini-Maus. Was? War das so niedlich? Passt auf. Bitte, wie süß ist das? Ist die nicht süß? Gucken wir mal was ihr aufmacht. Ah, hier. Kann man hier oben auch aufmachen. Da könnt ihr auf zwei Sachen, zwei Dinge aufmachen. Mein Gott. Steine raus. Das ist so süß. Ja, auch hier haben wir ein ganz normales Toolkit. Und hier haben wir noch schöne Straßsteinschirme. Und noch sehr viele besondere Steinschirme. Die fand ich so süß. Die ist einfach mega niedlich. Einfach wunderniedlich. 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 Wundersüß. Alles was irgendwie mit süß zu tun hat. Mein Gott. Ich hab's gerade wieder. Genau. Ich fand die einfach wirklich... Ich fand sie einfach wirklich toll. Jetzt hab ich's. Genau, das war's eigentlich. Ich poste euch die Produktlinks in die Infobox, falls euch das auch gefallen habt. Oder ihr es haben wollt. Könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ich find's dann echt... Das ist so niedlich, dass da... Einfach mega süß. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen. Über jeden neuen Abonnenten auch. Und über einen Kommentar sowieso. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Euer Referenz.